Hallo, Halli hier und erst mal Willkommen zu einem neuen Info-Video. Ja, fangen wir mal mit dem einfachen an. Und zwar was CubeWorld angeht. Der Syntax ist verschollen. Keine Ahnung, was mit dem los ist, ob aus dem Urlaub einfach nicht mehr wiedergekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich erreiche ihn einfach nicht mehr. Daher auch erst mal keine Aufnahmen von CubeWorld. Ist halt nun mal so. Nervt mich selber. Ich würde es euch gerne weiter zeigen. Aber ungern alleine, weil ich finde, das Spiel bietet für einen Solo-Part meinerseits einfach zu wenig. In der Gruppe wäre es interessant. Daher erst mal CubeWorld. So, ansonsten. Ich habe meinen Vorlesungsplan gekriegt. Dieses Semester schrecklich. Ich bin jeden Tag von 6 bis 18.30 Uhr aus dem Haus. Das heißt, im Gegensatz zum letzten Semester werde ich viel weniger Zeit haben. Und ja, ich weiß noch nicht, wie sie auf dem Kanal niederschlägt. Ich werde wohl auch erst mal für CubeWorld keinen Ersatz-Let's Play machen. Und habe auch überlegt, dass wenn Ascendancy, da das am schnellsten wohl fertig sein wird von den Projekten, wenn das durch ist, DSA aufs Wochenende zu legen. Und dann halt nur noch an den drei Tagen, also freitags mit meinem Commentary oder dem Let's Schlag nicht tot oder was auch immer. Und Samstag, Sonntag mit einem Let's Play erst mal bei den Kanalen nicht mehr hochzuladen. Einfach, weil mein Studium, wie gesagt, wichtiger ist. Und wenn ich um 18.30 Uhr erst nach Hause komme, dann möchte ich erst mal Zeit mit meinem Client verbringen. Dann möchte ich ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen. Und dann möchte ich schon wieder ins Bett, weil ich am nächsten Morgen wieder früh raus muss. Das heißt, für mich bleiben nur die Wochenenden. Und diese Wochenenden sind dann ja eigentlich auch mehr für die Familie wie für mein Hobby. Ich weiß nicht, wie ich da zum Daddeln kommen werde und halt auch zum Aufnehmen. Deswegen sage ich jetzt erst mal, solange Ascendancy läuft, versuche ich die fünf Videos die Woche weiterhin zu laden. Sollte es da mal Ausfälle geben, wisst ihr jetzt Bescheid. Und ich brauche kein extra Infovideo mehr machen, wenn es mal nicht klappt. Und nach Ascendancy wird es wohl erst mal nur drei Videos die Woche geben. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber Prioritäten sind halt schon eingeteilt. Und mein Hobby steht da ein bisschen weiter unten. Ja, das war es auch schon für dieses Infovideo. Bis denn, tschüss.